Spielstand gespeichert. Dankeschön. So, Bauern. Ah, wobei, ich glaube, das regelt sich gerade so ein bisschen von selber, dadurch, dass... Was passt hier noch? Das passt auch noch. Feuerwehr passt auch noch. Na, dadurch wahrscheinlich, dass gerade Fische reinkommen. Ich muss mal gerade mal schauen, was fehlt denn. Ja, Fische sind gerade wieder... Ich geh gerade hoch. Arbeitsbedingungen. Das verstehe ich nicht. Geht's doch gut. Was die haben hier? So, ähm... Ja, Bier. Wir müssen dringend anfangen mit Bier. Schmeiß ich dann mal hier hin. Zack. Wieder keine Steine. Ziegel, Ziegel, aber sind jetzt Ziegelsteine, ne? Ja, da können wir auch Steine nennen, okay. So, da-da-dam. Broad kriegen wir mittlerweile, ne? Broad kriegen wir, ja genau, das machen wir hier gerade. Bier. Das heißt, wir brauchen jetzt hier mal 30. Die produzieren eine Minute. Ich brauche allein zwei Stück. Eine Melzerei. Eins, zwei. Eins, zwei. Und dann bauen wir erstmal eine Brauerei. Was steht uns da? Oh, das Geld. Ja, super. Ähm... Ich muss hier aber noch ein Lagerhaus hinbauen wollen. Was fehlt uns da aber schon hier unter das Geld, ne? Ja, natürlich. Wir können mal gerade schauen. Äh... Die Palomatie. Nein. Leicht erhöht. Nein, das meine ich noch nicht. Sehr wahrscheinlich. Ganz ehrlich, ich würde gerne das Thema wechseln. Ne, 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 ne. Ich hoffe, du findest woanders Arbeit. Die hat nix. Ihre Hilfe ist immer willkommen. Doch heute hege ich keine Wünsche. Ich habe keine Probleme. Also gibt mir auch nichts zu tun gerade. Okay. Sieht ja mit allen auch Frieden aus, wenn wir untereinander keine Handelsabkommen. Das wundert mich gerade. Ich will jetzt auch aktuell nicht auch noch mehr... Die Wahrad kann nicht gelöscht werden. Das Lager ist voll. Wieso habe ich das auf 300 gesetzt? Mehr als ausreichend. Bisch geht hoch. Also einigermaßen. Arbeitskleidung ist steigend. Wo ist das okay? Die Wahrad geht hoch. Die Wahrad geht hoch. Das geht hoch. Und die können wir fast noch einen weiteren Wäcker bauen. Ohne Schule brauchen wir noch. Genau, da war ja was. Schule, was kostet mich der Spaß? 50 Unterhalt, ey. Das ist doch schon ein bisschen viel, ne? Denen geht es gut. Hier fehlt noch die Schule, dann können wir die auch aufsteigen. Bier. Auf jeden Fall Bier. Das bleibt aber auch gerade konstant hier, ne? Also was wir machen könnten, wir könnten noch ein paar... Da wollte ich sagen, das geht es nur um, weil die bezahlen 35 und die 10. Ah, cool, Level hoch. 4.000 Einwohner. Wie sieht noch ein Schnaps aktuell aus? 68 ist gut, okay. Wie sieht es hier hinten aus? Sind wir auf jeden Fall im Plus. Das ist auch gut. Die haben alles, was sie brauchen. Die kriegen alles, was sie brauchen. Das Tomaten war glaube ich erst... Ich glaube bei Handwerkern, ne? Und dafür brauchen wir überall Arbeiter, außer hierfür. Aber das könnten wir ja noch... Wenn wir erstmal den... Da habe ich nicht das Ding jetzt gebaut. Wir sind viel zu wenige. Ah, dann bräuchte ich doch Arbeit haben. Ich wollte es eigentlich vermeiden. Und dann bauen die nämlich auf West. Wobei, dann könnten wir eigentlich hier... Steinkohle. Handwerker benötigt, okay. Können wir hier eigentlich unsere... Weil hier haben wir echt viel... Unsere Schweinezucht aufziehen. Wo sind wir denn hier? Kein Warenlager in der Nähe? Doch. Ach. Okay, wie viel haben wir denn hier aktuell? Ähm... 77. Witzig. Sag mal, was... Was bringt denn das kleine Schiff hier mit? Macht der nur eins? Ja, der macht nur Hopfen. Das heißt, wir könnten... Hier. Hier. Ist da ein Laden. Er hat zwei Plätze, dann kann er so beides mitnehmen. Hier geht es ja, was... Das ange... Erstmal. Erstmal, dann mit meiner Arbeit an dem an. Weil er reicht noch wahrscheinlich auf fünf, oder? Und das jetzt dann nochmal nicht übertreiben. Annehmen. So. Das heißt, die kriegen auf West. Irgendwas fehlt immer. Wir brauchen echt mehr Geld, ne? Was haben wir denn noch im... Ja, wir haben... Das kann ich nicht verkaufen. Wesenärzt könnte ich noch verkaufen. 115 und das andere kann weg. Man kann an allem Spaß finden. Sogar an Botengängen. Das ist für dich vollziehende Tiere. Ja. Du wirst das Schiff schon scharkeln. Binde Schwarzbär. Ach, ach Gottchen. Bente bedarf ihrer Hilfe, Maia. Halten sie auch schon nach wilden Tieren in den Bergen von Bentes Hauptinsel. Okay. Das ist ihre Hauptinsel. In den Bergen. Hier sind Berge. Da ist doch was. Okay. Leuchtet mal so blau. Was tut es? Es leuchtet blau. Ja, alles gut. Danke dir. Nur in den Bergen? Oder auch hier irgendwo? Nur in den Bergen, ne? Da ist doch noch was. Was haben wir denn da? Da haben wir einen Bär. Jetzt einen Wolf und einen Bären. Und dann vermute ich mal, dass hier noch was ist. Ja, da sind die beiden ja schon. Zack und zack. Meine Treuhänder sind alle baff. Ich hab wieder ein bisschen Kohle. So. Also Kohle bleibt ja gerade relativ konstant. So um 700. Das finde ich gut. Neue Befehle? Ich bin in fünf Wurst mit. Hab ich auch gemacht. Das ist okay. Das Sahnehäubchen für unsere Freundschaft. Jawollo. Sei nicht so förmlich. Natürlich nehmen wir an. Bente ist auch mir eine wunderbare Freundin geworden. Das ist aber nett. So, was sagt Willi? Hey, ich hab sie zuerst gesehen. Nee, ich hab ihn zuerst gesehen. Nananana. Na gut. Zack wird sie auch wieder teurer, ey. Ich bin mal gespannt, ob das alles so reicht. Okay. Die Hopfen kriegen wir ein bisschen. Seife haben wir mittlerweile auch. Das ist gut. Brot könnten wir noch ein bisschen mehr haben, ne? Was sagt denn das Görnchen? 53. Das heißt, wir könnten eigentlich noch einen Bäcker bauen. So. Na, dann können wir doch das hier vernünftig machen. Ach. Aber die Straßen, ja. Steine haben wir ja gerade. Ich baue mal gerade ein bisschen weiter aus, ja. So. Hier braucht es nicht, aktuell. Da passt so. Was sagt denn die Zeitung? Sie haben uns etwas voraus. Was? Wichtigkeit. Aber dann plus 5. Äh. Wie viel haben wir denn aktuell? Vorganda-Notstand. Einfluss. 25. Zufriedenheit erforderlich. Minus 5. Wir brauchen gerade ein bisschen Geld. Alle werden die Hacken zusammenschlagen. Öffnen. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Äh. 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 Schwach mal, ey. Äh. 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 Lager ist voll. Ja. Ist in Ordnung. Aber irgendwie kauft ja auch keiner mein Holz hier. Schule. Schule, Schule, Schule. Wir wollten eine Schule bauen. Arbeiter. Ja. Das reicht auf jeden Fall bis nur unten. Das ist okay. Das schnellt jetzt auch wieder nach oben. Gerade bei den Arbeitern. Die sind jetzt auch zufrieden, ne? Die haben alles, was sie brauchen. Bisschen Bier noch. Und da geht's wieder runter. Was fehlt denen jetzt schon wieder? Was fehlt denen jetzt schon wieder? Was hat das Bier? Aber hey, tausend sind auch... Hallo. Danke. Ja, wahrscheinlich reicht die Menge an Bier einfach nicht, die wir hier produzieren. Und zukaufen möchte ich eigentlich auch nicht. Jo, das mache ich so. Ja, der einzige, der jetzt außen vor steht, ist Willi. Du wirst bald feststellen, dass Prinzessin Xing die faszinierendsten Geschichten erzählen kann. Und Willi, was meinst du dazu? Willi hat keine Meinung. Ja, hier passt das. Ah! So, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen an Bauern, weil gleich werden die Handwerker kommen. Jep, und da sind sie schon. Die Frage... Bleiben wir jetzt noch erstmal kurz. Aber die bezahlen mehr Geld, ne? Die wollen ihnen auch gleich wieder von allem was haben. Wäre cool, wenn man da sehen könnte, wieviel man gerade aktuell braucht. 75%, willst du mich verarschen? Die Stuhl steht da vorne. Ja, wir machen auch immer zu wenig Bier. Ja, wir machen auch immer zu wenig Bier. Warte mal vorsichtig, aber so. Wenn ich den Kraum hier raus holen, das upgraden wir gerade mal nochmal. Das muss ich erst mal wissen. Äh, die Melzerai. Die Melzerai. Die Melzerai. Braucht 30. Bier braucht eine Minute. Das heißt, wir haben in 15 Sekunden, haben wir eine Einheit davon, ne? Das heißt, dann haben wir in einer Minute zwei Bier. Und hier haben wir in einer Minute vier Malz. Mal gucken, in einer Minute vier Malz. Zwei. Wahrscheinlich hier noch ein bisschen aufrüsten. Die brauchen eine Minute dreißig. Hier hopfen. Eine Minute dreißig. Müsste eigentlich hinkommen. Müsste ja mal beobachten. Eigentlich müsste das hinkommen. So, pass mal auf. Aber jetzt haben die doch bestimmt... Moment, da oben sehe ich was, was mir nicht gefällt. Ah, so. So. Also Fisch steigt das gut. Kartoffeln ist okay. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu mal hier ein bisschen mehr kontrolliere. Ich habe immer so ein bisschen Panik davon, dass mir irgendwas der Ressourcen ausgeht. Das ist okay. Mehl haben wir sehr viel. Entweder bauen wir noch einen weiteren Bäcker. Also Hopfen haben wir wirklich genug. Das müsste reichen. Das einzige Problem, was wir haben, ist Bier. So Kanonengedings haben wir eine gebaut, ne? Ja. Seifengedönsel haben wir zwei, das reicht. Stahl haben wir auch zwei, das reicht auch. Seegeschiffswert. Ja, danke dir, die haben wir auch. Die Po brauchen wir gerade nicht erhöhen. Das brauchen wir gerade auch nicht. Kirchen. Warte, die brauchen ja keine Kirche, ne? Uh, ein Wirtshaus. Ein Wirtshaus. So, siehst du, dann geht es jetzt auch schon langsam wieder hoch. Das finde ich gut. 1,9. Für Bausteuer. Achso, das ist das, was wir jetzt durch die Zeitung draufgekriegt haben, ne? Also, die könnten aufsteigen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal.